Mein sinds und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier in Minecraft Story Mode. Ja meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe es gerade schon gesagt, wir spielen in Minecraft Story Mode. Jetzt kommen bestimmt wieder voll viele an. Was heißt voll viele? Ist egal. Jedenfalls an die wenigen Zuschauer, die ich habe, ich spiele das Spiel nicht, weil es Minecraft ist, sondern weil es von Telltale Games ist. Ich wollte jetzt mal, weil ich solche Entscheidungsspiele eigentlich doch sehr mag, habe ich mir jetzt überlegt, holst du mir jetzt mal Telltale Games. Ich habe jetzt auch schon einige da, aber Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, weil ich einfach mal Bock drauf hatte. Ich werde auch noch The Walking Dead und Game of Thrones spielen. Aber jetzt habe ich erst mal Bock auf Minecraft Story Mode. Und ich freue mich wirklich mega drauf. Seit langer Zeit war wieder ein ordentliches Let's Play. Ich weiß nicht, Payday hat den Nix am Hut. Ich hoffe, ihr habt damit was am Hut. Ich sage es auch gleich, ähm, bei solchen Spielen spiele ich zwar auch so, wie ich im Real Life handeln würde, allerdings kann es zu Situationen kommen, wo ich einfach mir unsicher bin, wo ich einfach einen Münzwurf machen werde, weil die Entscheidung für mich einfach zu hart ist, weil ich nicht wüssten sollte, wie ich agieren sollte. Es heißt ja in der Bibel immer, wenn man dich auf die eine Wangseite schickt, hat er auf deine andere hin, aber ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Dann will ich jetzt auch gar nicht um den langen, heißen Brei herumreden. Starten wir gleich mal unser Adventure. Ich habe gehört, das soll zwar das schlechteste Game von Telltale Games sein, also bestens mit Abstand Walking Dead. Ich kann, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Jeder, der auch nur ansatzweise ein Freund von solchen Spielen ist, holt es euch. Äh, ja. Eigentlich habe ich das gerade schon mal gemacht. Aber es hat es halt nicht gejuckt. Gut, update den Content. Wir gehen auf Play, meine lieben Freunde. Und wir wählen jetzt unser Aussehen. Wollen wir sie sein? Sie, sie, er, er oder er. Auch wenn mich diese drei Kratzer da oben sehr schön anlächeln und diese leckere Nugert-Schnitte auch recht zum Anbeißen aussieht. Boah, Steven. Du hast sie in Minecraft geschlichen. Steve! Ist nicht mein Typ. Ich denke, ich werde einfach mit ihm gehen. Der ist mir einfach noch so von allem Aussehen her einfach noch der Beste. Gut, und wie es sich natürlich gehört, starten wir mit The Order of the Stone. Start Episode 1 hier bei Minecraft Story Mode. This game series adapted to the choice you make, the story is tailored and by how you play it. It can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths, to put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble, Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends, together, would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. But when one story ends, another one begins. Unsere erste Wahl. Hä? Aber ich hab doch... Ich hab doch gedrückt. Ich tänte Crowd zubred. Mm-hmm. Dann mal krank. Ich hab doch ne, wie auch kein Reuben hier mit nichts, bis wir in der Straße, während wir den believe races halft. Ich geh und noch? Really? Ich geh subscriptions. Was questioned das? Natürlich er ist! Okay, ich glaube nicht, dass er schweig sei. Aber ich bin nicht, woanders. Aber es istspanned, dass du wirklich herauskommen wiederum mit dir mit deinem... ...んだ���ap Hare... Er bin despert, dass du dir denец. 要s Vielen Dank, wie Till. Ich ero, bin ich... Ich kann, meinen dreams. ... Ruben ist mein best00vend. Ich durfum Her, woanders. Both of you are! All right. Fine. Can you hear that? Oh, no. Boom! No! Ow, man. You guys totally freaked out. That was... Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. I thought we were buddies. Cool mask. It is, isn't it? Yeah. Very convincing. Look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's gotta wear a costume. As long as Reuben is happy, I'm happy. Happy? Well, zippity-doo-dah. Okay, relax. It's fine. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig, is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. Sorry. I'll meet you downstairs, okay? Okay. So, but now it's really endgültig. Welcome to Minecraft Story Mode. And, my goodness, it's just cool. I see, you can only go hard in two directions. Ah, the power is a bit bad, I have to say. Hold down the Shift key, okay. One of these days, we're gonna win the Endercon Building Competition. And what we do, people will look at us and say, hey, there goes Jesse and Reuben, winners of the Endercon Building Competition. You really should change the name. Wir heißen Jesse. Wow. I got this stand as a gift, but don't have any armor to put on it. Maybe someday. Wieso heißen wir Jesse? Ach so! Oh, ah, natürlich, Jesse ist ja so männlich und weiblich. Und, ah, Genius. Gut, also, wir sind anscheinend gerade in unserem Haus. Hier unser bester Freund, Reuben. Das Witzige ist, wir haben einen in unserer Schule, der heißt auch Reuben. Also, Reuben. Ja, es besteht schon eine gewisse Ähnlichkeit. Auch vom IQ her, aber... Ja, Reuben, du bist mein Buddy, wir machen das. Give me a Dragon Roar, Reuben. Nice one. That'll do, Reuben. That'll do. Auf jeden Fall wird das das Doon, mein Lieber. Gut, wir schauen uns mal die Truhe an. Shears definitely taking knees. Never know when I might need to shear some sheep. Wow. Gabriel, the warrior. You think we'll ever get that famous? Is that impossible? Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Vielleicht werden wir irgendwann so berühmt wie er, wer weiß. Gut, was ist hier drin? Hm, Flint and Steel, not too shabby. Okay. Flint and Steel haben wir jetzt noch. Ein Holzschwert haben wir. Ein ziemlich gammliges, wohlgemerkt. Ja, dann haben wir oben alles gemacht. Ich würde sagen, wir usen die Trapdoor. Ah, der Schwein ist jetzt schon mein Lieblingscharakter. Das ist alles. Let's rollen. Ja, Mann. Rollen. Let's go. Ich habe eine ziemlich russische Ruhmung über die Bildungskompetition. Aber ihr müsst euch sagen, nicht alles zu sagen. Okay. Also, es ist in zwei Teilen. Each Teil ist mehr erinnern als die letzte. Spitz es aus, Axel. Part 1. The special guest at this year's Endercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part 2? Part 2. According to my sources, the winner of the Bildungskompetition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win? Oh, man. This would make up for all the losing. It's not that big of a deal. Endercon will be fun either way. What? Hold on. Let me try that again. What? He's right, Jesse. Incredibly. This is a huge deal. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Faith, Olivia. What? A little slice. A sliver. A portion. Just a little faith. That's all we need. Also, I'm hungry. To win. No, no. I'm with that. All right. Wait a minute. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. We might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Enderman than Creepers. They both have their moments. Both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper today. Nehmen wir die Mitte. Das wollte keiner von beiden. I guess that's kind of like a creeper. Eh. It's a monster. It's fine. We are so ready. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare. Juven. No. No. Preparing is daring. No. That's the same thing. Forget it. Team. On three. One. Two. Three. Team. Prepare. Die Musik ist cool. Ja. Das Problem ist, das ist gerade so storylastig und alles. Es ist gerade... Oh. Cool. Okay. Von mir aus. Spam. Nein. Jawohl. Wie nice ist das denn? Okay. Läuft. Also einarmige Liegestütze sind schon schwer. Das muss man schon mal sagen. Das kann auch ich bezeugen. Okay. Ich habe schon einen Krampf in meinem Arm von Spam May. Wir schaffen das. was. Wow. Jawohl. Wir sind bereit. Ich würde jetzt gerne mal eine kleine Geschichte anfangen, da müsste ich etwas weiter aufholen. Wir haben alles für das. Wir sind so bereit. Dieses Jahr wird es anders sein. Ich bin nicht nur bereit, zu bauen. Ich bin bereit, zu gewinnen. Nice pig, losers. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Name, please. Axel. And, uh, how do you do? No, your team name. Team name? We are not ready for this. So much for losing anonymously. We're the order of the pig. Really? We're the order of the pig. Okay, order of the pig. You guys are in booth 5. Ah, the order of the pig. Yes. Okay. Okay, I would like to tell my story. Hm. Nope. Äh, meine Lieblingslehrerin ist eigentlich quasi folgendes. Wenn ich bei der am Anfang auf... Also bei allen anderen Lehren stehe ich in Geografie so auf 2. Wenn es wirklich schlecht läuft, mal auf 3. Bei ihr stehe ich... Stand ich zum Halbjahr auf 4,0. Und jetzt zum Endjahr stand ich auf 5,0. Also wenn das jeder in town ist, dann ist das hier schlimmer als Lengfeld. Ja? Und das soll was heißen. Nein, da wohne ich nicht, zum Glück. Oh, die Steuerung ist gerade echt widerlich. Das hier ist A und das ist W. Group of people. Man, das ist crowded. Ja. Und bevor ich jetzt hier weitermache, ganz kurz noch die Geschichte zu Ende erzählen. Das wäre schon nice. Oh! Frame Drops. Alter, was ist da los? Oh, oh, oh. Gebt mir mal einen ganz kurzen Moment, Leute. So. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich muss hoffen, dass ich das jetzt einfach noch so gut durchkriege, ohne dass es wieder zu sehr rumleckt. Aber der Hell is going on hier. Jedenfalls kann ich da noch ganz kurz meine Geschichte erzählen. Bevor es hier wirklich zu schlimm leckt, gehe ich nochmal ganz kurz weiter nach hinten, weil da hat es ja nicht geleckt. Oder vielleicht dann gerade einfach überall. Doch, ganz kurz im Moment nochmal. Ich wünschte, es würde jetzt mal funktionieren. Ich hoffe es jetzt einfach. Ich entschuldige mich wirklich für diese Probleme. Fakt ist jedenfalls, bei dieser Lehren stand ich jetzt zum Ende auf 5,0. Jetzt wurde darüber abgestimmt, ob ich versetzt werde oder nicht. Und zum Glück wurde ich versetzt. Ich erzähle euch die Geschichte später nochmal genauer. Aber erst mal geht es jetzt hier weiter. Ich habe übrigens gerade auch Beacon, wo der Titel abermacht. Wir schaffen das. Was sind Sie worried about? Wir haben das. Wer sind wir kidding? Wir haben nichts. Wir haben ein Mascot. Wir sollten wahrscheinlich stoppen sie auf sie. Look, es ist die Order der Losers. Again. Good one, Gil. Wir sind einfach. Es wird viel Zeit für Sie all zu schauen. Es wird dann gewinnen und gewinnen und gewinnen. Du bist nicht unbezündig. Vielleicht nicht alle. Endercon nicht ermöglicht, außerhalb von Essen oder zu essen. Ich spreche über dein Pig. Ich sage, er ist Essen. Ruben ist nicht Essen. Ich könnte mich verletzen. Er sieht lecker aus. Das ist ein wunderschön. Du musst mich erst essen essen. Wir werden es nicht so kommen. Stopp, wasst du Zeit, Aiden. Wir haben Arbeit zu machen. Du bist glücklich, ich bin unterwegs. Hey Jesse, guys. Hey Petra. How's the build going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey Petra, I forgot to thank you for that nether star. Hey Lucas, not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this, and, you know, make this about how cool our builds are? May the best team win. Careful what you wish for. We'll see about that. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet, in person, Gabriel the Warrior. Ocelot! 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 Whoa, handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. We'll call it the... The Builder Bump. Hmm. And, just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year, the order of the pig can't lose. Let's do it. Building starts now! Tja, da kam eine Waldfee eben herein gejoint. Okay. Wir bilden mal wieder. Oh no! A fireworks dispenser! I'm so scared! You worry about your build, and we worry about ours. It's a deal. Whoa! Hey! Das sieht gar nicht so schlecht aus. Now, the moment of truth. Here goes nothing. This looks so cool. We'll win this for sure. How could anyone not love a zombie? Good call, Jesse. Guys, people are looking at us. Good build, man! What? No way. It's just a bunch of dyed wool. Woops. Alter, was für ein Arsch. The lava is getting closer. Ruben is going to get lost. We've got to do something. Oh, scheiße. Ähm. Oh, God. Ruben is wichtiger. You've got to get Ruben. We're right behind you. Ah. Ah. Da muss ich wirklich mal sagen. Auch wenn wir das sonst gewonnen hätten. Ruben is wichtiger. Ich kann doch Ruben ein Stück bacon. Oh, new kid on the block. I don't see him anywhere. Ruben? The sun's going down. We got to find him fast. He could have gone anywhere. In this part of the woods is huge. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost, just use the lights from Endercon to make your way back to town. Got it? Got it. Okay, Ruben. Mein Sonnenschein, wo bist du? Ruben? Where are you? Just give me an oink if you can hear me. Oh, ich hab jetzt schon Angst. Wird jetzt nicht für den ersten Tod, Ruben? Hmm. Pig tracks. Okay. Ich versteh's auch nicht, Leute. Ich hab einen relativ guten PC. Aber in letzter Zeit ist die... Ruben? Where are you, buddy? Ist die Leistung ziemlich schlecht. Ich... Warte mal. Rising Smoke? Could that be Ruben? Sein Kostüm hat ja gebrannt, ne? Aber rechts war... Wir gehen rechts lang. You must have run by here. Ja. 100% It doesn't look like this fire will spread. I bet Ruben started this. Oh, man. Oh, I hear some pig. Ruben, are you in there? Nee. Ruben ist viel zu intelligent. Also das sind die Hoofbrünste, die wir gesehen haben. Stupid pigs. Die guckt halt einfach mal voll retardet. Aber was red ich hier? Ich spiel ein MC-Spiel. Hä? Ich bin der Retardete. Öh. Oh, man. Ruben, wo bist du? Ruben? Ruben, come here, boy. Darf ich doch... Oh, nee. Das waren die anderen, oder? Da ist niemand. Oh. Scheiße. Oh, mich hat das blöde Chicken geschreckt, ey. Na gut. Ruben? Wo bist du, buddy? Hier geht's nicht weiter. Wir gehen mal... Ah, ich hab ja was gehört. Es hat sich irgendwie nach Ruben angehört. Ruben, es wird schrecklich hier rausgekommen. Smart. Oh, nein. Nein, bitte nicht. Ruben? Ruben? Oh, nein. Du bist da, buddy? Oh, jees. Bitte nicht, Ruben. Ruben ist sicher. Boah. So. Ich will jetzt nicht in die Höhle gehen. Das ist mir zu riskieren. Oh, da hab ich ihn gehört. Kann ich hier lang? Nein, nicht Post. Aber das muss ich mir merken. Der Taste ist Post. Okay. Ich will nicht durch die Höhle, dann greife ich noch eine Spinne an oder sowas. Ruben? Bist du das? Sonne meines dunklen Lebens? Ruben! Ruben, there you are. Ah, mein Sonnenschein. Ja. Oh, so happy to see you. Oh, ja. Fuck you, Zelte. Fuck you. Ruben, run! I think... I think we're good. I think we made it. Ich hab'n FPS-Slag, das ist nicht fair. Okay. Auf zum Fight. Okay. Ich hab'n FPS-Slag, das wäre leichter, wenn mein Spiel nicht so lecken würde, ey. Oh, Ruben. Du darfst nicht sterben. Nicht jetzt. Ich hab'n FPS-Slag, das wäre leichter, wenn mein Spiel nicht so lecken würde, ey. Ah, der wär' ganz schön mitgegeben, ey. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus. Was? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Ähm. Ganz ehrlich. Was wir tun, wir tun das zusammen. Was wir tun, das tun wir zusammen. Nein. Ah, nein. Ruben. Nein. Oh, scheiße. Oh, no, we got you. Oh, nein. Ruben. Nein. Oh, scheiße. Ruben, nein. Coo. Man, Ruben, nein. Oh, die. Oh, scheiße. Warte mal, wer war das noch mal? Come on, let's get out of the open. Oh, nein, Ruben. Nein. Oh, der hat voll einer mitbekommen, ey. Scheiße. Nein. Nein. Mein Schwein. Oh. Not that this isn't a really cool, dimly lit tunnel, but how far away is this thing you want to show me? Careful, Jesse. You don't want to get a reputation as a wife. This isn't my first time in a cave, Petra. Yeah. But have you ever seen a witherskull? Whoa. Nein! Das habe ich nicht gemeint. Ich weiß nicht. Er ist irgendwie strange, ich glaube. Aber hey, jeder hat das Ding. Und du hast nie gedacht, Hey, was ist mit deinem normaler, nicht-at-all-weird-Skull? As long as this guy is willing to pay, I earned that diamond. Wow. Wow, was? In a single day, you went to the Nether, you killed a Wither Skeleton. I mean, I did build a super cool statue, but still, it's pretty sweet being you, huh? You know, you could come with me. I mean, if you're too nervous, I totally get it. But I wouldn't mind a little backup. You want me to come with you? Consider it my charitable act for the day. I'll consider it whatever you want me to consider it, as long as I get to come. You just keep a crafting table down here? Comes in handy. Since that wooden sword of yours got busted. You're giving me a new one? Even better. You can make your own. One stick plus two stones equals one sword.